Ein symbolprächtiger Spieler, Marco Streller und Fabian Scher, spielen heute zum letzten Mal. Ist da grosse Wehmut? Ja schon, weil es sind sehr gute Spieler. Ich hoffe, sie machen einen super letzten Match. Ich wünsche ihnen, dass sie ein Goal schiessen und dass wir nachher auf ein paar Führungen feiern. Und das noch an alle Walliser. Wir Basler lassen keine Kühe entscheiden, wer den Goal gewöhnt wird. Wir wissen es. Dankeschön. Ich sage nichts dazu.